Dass Brighton an dem deutschen Top-Talent Assan Uedraogo von Schalke interessiert ist, das wissen wir aus unserer letzten Sendung. Doch Christian, du weißt jetzt, dass das längst nicht der einzige Top-Club ist, der den Teenager jagt. Soll es da tatsächlich auch Interesse aus Deutschland geben? Das ist true. Schalkes Talent Uedraogo. Wir haben letzte Woche, erst in englischer Woche, über ihn berichtet. 17 Jahre jung und Brighton, ja die sind an ihm interessiert. Das war die Meldung letzte Woche und nun stellt sich heraus, die ganze Bundesliga ist inzwischen hinter ihm her und darunter auch der FC Bayern. Das hat einen Grund, er ist deutsch, er ist wirklich vielversprechend und seine Klausel, die er ab nächstem Sommer greifen soll, die liegt für englische Klubs höher. 20 Millionen Euro soll er in Deutschland kosten, deshalb auch die Leipziger sind beispielsweise an ihm dran. Also wird ein spannendes Rennen, ich glaube, würde ihm noch gut tun, ein bisschen länger woanders Erfahrungen zu sammeln. Aber bevor man ihn ans Ausland verliert, da wollen lieber die Bayern zuschlagen. Wir werden es beobachten.